Herzlich Willkommen zu einem neuen Stadion-Blog auf meinem Kanal LangLangeBisTher Glückwunsch auf den Windcast-Kollegen in Karlsruhe und heute mit unserer Kassel vielen herzlichen Glückwunsch in Nürnberg Herzlich Willkommen zu einem neuen Stadion-Blog Jetzt kommt die Mannschaft rein! Hey KSC-Fans, in Nürnberg hat man mit der DKMS eine Typisierung sagt Hierbei kann man sich im Stadion als Stammzellen-Spender registrieren und typisieren lassen Die komplette Registrierung dauert nicht mehr als 5 Minuten Es ist einfach und tut nicht leh So könnt ihr zum Lebensrader werden Karlsruhe Karlsruhe Das ist ein Brett und die C gegen Christian Karlsruhe Und folgende Elf auf dem Platz im Tor Unsere 35 Marius Kerstin Und das ist unsere 2 von Anfang an Sebastian Unser Käpt'n Die Nummer 8 Kerstin 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 Und das ist unsere Nummer 9 Marlin Kerstin Und unsere Nummer 10 Marlin Kerstin Kerstin Das ist unsere Nummer 15 Stefan Akosikus Und unsere Nummer 16 Fölin Kerstin Das ist unsere 24 Fabian Kerstin Und unsere Nummer 26 Paul Kerstin Lebell Das ist unsere Nummer 28 Marcel Kerstin Kerstin Das ist die Nummer 38 Tim Neuerger superklasse Sie für es danke Lüge Kerstin Und Top Top of Sale Fahrt sich heute mit blau Gürtberg und raus Abstoß Applaus WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich habe gerade beriesen, ich habe es geschafft, dass ich auf zwei Reihen konnte aufschnittlich volle Okay, ich hatte der Kiefer von Lundberg, kapiert. Klasse. Ich hab's jetzt leider die Gartenkamera, aber das ist ja die beste Chance. Jetzt geht's nicht in allem. Klasse, Klasse! Klasse, Klasse! Klasse, Klasse! Jetzt Ball! Oh! Klasse! 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 Komm schon, ich weiß, warum werden die preguntas perché thought? Ja, was immer anders? Alles gut?! Niet sch Freunde! Ja?! Möchtest du bitte? Komm jetzt! Oh, Schwimmungs-Superspiel von Karski! Jetzt kommt! Oh, Schock! Schön! Oh! Oh! Da ging es dann ins Kopf! Ich bin drauf! Ich bin in die Kacke! Aber leider ist meine Kamera nicht ganz gegangen! Ich bin, glaube ich, das Zeug ist nicht auf Kamera! Aber es ist einfach nur geil! Super, Jungs! Ich habe mich ganz einfach dabei, ich habe ihn getrennt. Ich bin in die Kacke! Schleusse noch! Schleusse noch! Schleusse noch! Spiel statt die BD Bank-Winbach KSC! Ein! Mulu! Mulu! Schleusse noch! So, Halbzeitpause! Hochkredit ist alles zu holen! Um die Kacke! Ich habe mich nicht in die Kacke! Ich habe mich mit einem Kacke! Ich habe mich nicht in die Kacke! Aber der verzögert hier die Spiegel! Wie lange ist die Kacke! Es ist ein heiliger Lauf! Ich habe mich nicht alles! Ich habe mich nicht alles! Ich habe mich nicht alle! Anschluss war wieder im Kacke! Ansick! Anschluss war der noch prima! He т. Anschluss war der noch der inne Kacke! Wie alle aus dem nicht十arte nun sind, ich konnte das betrachten, als ich mich nicht optimisme kriegen kann! Oh Dank! Wir еще haben keinen Kl σユニて Platz! Jaaa! Wooh! Schade! Das ist gut. Danke, ich spiel für dich. Danke, ich spiel für dich. Ja, haben wir noch gleich noch eins. Ja. Ja. Ja, super. Oh, Mann. Ich bochte, ich bin. Nein. Warte, Mann. Ah, Mann. Mann, Mann. 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 Im nächsten Mal hab ich noch Kamera! 3-0! Ich hab mir das Ball noch ins Publikum geschossen! Das ist am Gegenteil, die Vorentscheidung! Ganz, ganz stark! Es liegt wieder davon heiße! Ich hab schon gegen Rostock so einen Strahl abzubeuern lassen! Und lass mich vor, dass er am Schott ist, das erste Mal! Jawoll! 3-0! Ich hab zwei noch wieder vor! Heimloch! Papa, Papa! Das ist ein Strahl! Kommt euch auf! 3-0! Das ist die abzündige Entscheidung! Ganz, ganz stark, Jungs! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! 4-0! 4-0! 1-0! 1-0! 1-0! 2-0! 3-0! Das Spiel ist zu Ende und es war mal wieder sehr, sehr bescheidenes Wetter. Und ja, KSC hat 3-0 gewonnen. Sehr souveräner Sieg, würde ich sagen, gab ein paar Minuten, wo KSC ein bisschen wackelig war, aber ansonsten richtig schöne Tore, richtig gute Leistung und in Summe ein sehr verdienter Sieg und vor allem auch ein wichtiger. Wenn dir das Stadionglock gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.